Einen schönen Gruß aus der Stadt Voltawa, aus der Ukraine. Hallo liebe Freunde aus Filderstadt, neben den Echterdienern und Ostfildern. Wir haben uns schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Unsere Sehnsucht nach Ihnen ist so riesengroß. Wir denken, es geht Ihnen genauso. Die Pandemie hat uns alle fest im Glück. Eine Reise zu den Freunden in den Partnerstädten ist im Moment ausgeschlossen. Aber wir möchten immer unsere Freundschaftsbrücken aufgeregt halten. Daher haben wir für Sie ein kleines Konzert zum Europatag vorbereitet. Die Musikschule Nummer 1 hat das heutige Konzertprogramm zusammen erstellt. Die Lehrkräfte dieser Musikschule spielen für Sie folgende Musikstücke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 guitar solo 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 guitar solo